hallöchen es gibt mal wieder was zum auspacken und zwar ich hatte gestern bei facebook gefragt ob jemand für bigboard dämpfer von kiosho solche erhalterungen hat für die dämpferbrücke weil ich mein kiosho ja repariert hatte aber irgendwie haben hat mir einen so ein befestigungs kugel kopf gefehlt und dann hat sich mal wieder gezeigt dass die community funktioniert es hat sich jemand gemeldet und zwar der jannik der hat gesagt ich schicke das zu das war gestern heute ist es schon da es ist ein bisschen größeres paket wir machen das ist einfach mal auf aufgeschnitten habe ich schon weil ich hier gleich alles entfernt habe also jannik vielen dank dafür schon mal auf jeden fall die pus ok ok haben wir schon mal das sind zwei drei ist ein vision lipos ok du bist doch verrückt hat der jannik hier tatsächlich noch die dämpfer also die hier wurden ausgemacht die brauchte ich und jannik hat jetzt vier dämpfer und zwei lipos rein gepackt richtig geil ist hier noch t-plug dran ich schaue mal eben nach noch mal das aufkriegen das reparatur video das seht ihr dann heute auch noch also im anschluss quasi an diesem jahr das wird ein bisschen länger noch top in ordnung wahnsinn die sehen wir noch die sehen aus wie neu wird mir auf jeden fall zugute kommen bei einem neuen projekt werde ich wohl ups drei ist benötigen sehr cool Panzertape das ist echt heftig ja geil in vision bin ich ja ein freund von ihr habt ja schon ein paar in vision lipos coole sache 3200 mAh die könnten sogar passen richtig cool also jannik ich bedanke mich auf jeden fall bei dir recht herzlich richtig geile aktion richtig cool die dämpfer sind auch noch voll in ordnung sind sogar noch befüllt könnte vielleicht mal neu befüllt werden aber richtig cool richtig gut habe ich auf jeden fall noch welche in reserve geile aktion jannik ich bedanke mich bei dir und ja das war mal wieder der beweis dass unsere community reibungslos funktioniert und ich bin grad ja mir fehlen mal wieder die worte richtig geil jannik ich würde sagen ich bin raus bis zum nächsten mal tschau ins neue jahr habt schöne feiertage verbracht mit der familie ab durchreicht beschenken lassen und ja jetzt habe ich wieder zeit gefunden ein video zu machen und